Du willst dein Holz auf Gärung verbinden, hast aber keine gute Säge? Die Lösung ist einfach. Du brauchst einen 45 Grad Phasenfräser und eine Oberfräse. Fräser einspannen und dann geht's direkt los. In Sekunden kannst du so eine saubere Gärung herstellen. Super wiederholgenau und sieht top aus. Passt perfekt. Für mehr Tipps und Tricks Kanal abonnieren.